Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Produkttest. Heute stelle ich euch das PXN V900 Gaming Lenkrad vor. Den Link zum Produkt mit Rabatt und Kundenbewertungen findet ihr in der Videobeschreibung. Das PXN V900 Gaming Lenkrad ist ein hochwertiges und vielseitiges Lenkrad für begeisterte Rennspielfans. Es ist mit PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch kompatibel und bietet eine realistische Fahrerfahrung. Ein besonderes Merkmal dieses Lenkrads ist die stufenlose Rotationsverstellung von 277. bis 900. die es euch ermöglicht, den Lenkwinkel genau nach euren Bedürfnissen einzustellen. Dadurch könnt ihr sowohl Arcade als auch Simulationsspiele optimal steuern. Das Lenkrad verfügt über ein Force-Feedback-System, das Vibrationen und Widerstände simuliert, um ein realistisches Fahrerlebnis zu bieten. Zudem sind die Pedale rutschfest und bieten eine präzise Steuerung von Gas und Bremse. Mit den integrierten Schaltwippen könnt ihr einfach und schnell schalten, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen. Die gummierte Oberfläche des Lenkrads sorgt für einen sicheren und komfortablen Griff auch bei längeren Spielsitzungen. Zusammengefasst bietet das PX-NV 900 Gaming Lenkrad eine hervorragende und realistische Fahrerfahrung. Es ist vielseitig einsetzbar und mit vielen Konsolen und PCs kompatibel. Wenn ihr nach einem hochwertigen Gaming Lenkrad sucht, ist dieses Modell eine ausgezeichnete Wahl. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal für weitere Produkttests. Bis zum nächsten Mal!